ja leute und willkommen zurück zu uncharted 4 beim letzten mal sind wir hier stehen geblieben und ja freunde rätsel time let's go lösen wir dieses rätsel so was habe ich auf dem brief gesehen das ist ein teil des symbols ist die andere hälfte also dann ok ein tierkreis zeichen das zeichen für schütze und skorpion zehn und zwei x und sieh sich das einer an sieh sich das einer an das muss es sein das muss es sein mal zurück locker easy auf geht es zurück ich sollte aufpassen und abwärts und hier runter oh man nein diese aussicht geil einfach geil so so geschafft was gefunden was da war alles leer geräumt was da irgendwo ein hinweis versteckt ist war nicht zu finden bist du sicher hast du an der richtigen stelle gesucht habe ich nur irgendwas in dem brief übersehen vielleicht gab es noch einen turm der schon längst eingestürzt ist ja ja gibt es irgendwelche skizzen für diesen laden ich meine baupläne oder so kann sein das ganze haufen alte akten ok toll toll schau sie dir durch sie zu was du raus findest ich rede inzwischen mit sam er ist unser expert vielleicht kriegt ihr dieses ganze chaos auf die reihe ok ich sehe mir die akten an los ich habe wenn du mit ihm geredet hast komm zu mir alles klar gringo wenn ich dich noch einmal beim prügeln erwische gibt es eine woche im loch du bist ein guter so spieler wargast ist so gut wie ich mhm 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 le puedo decir suerte de principianto verdan hijo de puta lo sientach chicos tengo que erne claro te vas cuando estas ganando para ti Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht, musst du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rave finden, Rave. Fang, fang mich an, bitte. Na komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rave, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Ja, apropos Vargas. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Hm. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rave, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich, ich kläre das mit Vargas. Keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay. Suchen wir uns was für uns niemand. Still. Okay. Okay, die Luft ist rein. Okay. Und was haben wir? Oh, scheiße. Hm? Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht. Keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Diebner Faktis Rezipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay. Bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay. Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut. Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas. In Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden. Aber... Finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da... Wusste ich noch nichts von seinen... Freunden? Me dije que no hayamos terminado. Mira, Janos canast, okay? Muy tarde para hablar. Kino sale! Hey, weißt du was? Du no te metas. Okay. Suck. Okay. 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 Lös dele. Das war's. Er braucht noch etwas, was er die Regeln erinnert hat. Allianz! Was ist das? Dame! Ist das Schmuggel wahr? Fass dich! Für wen hättest du dich? Llevo su selda! Trage los Gringos an der Oficina. Llevo su selda! Dejenos! Dejenos! Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann doch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh. Ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleingannover. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, ähm... 10 Prozent. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch vier, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so... Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgen wir. Los, los! Dann noch mal. Brave, gehen wir hin. Zum Leuchtturm. Laut Warkers ist das Boot direkt darunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden's raus. Sackgasse. Das Fenster. Beeilung. Wir... Schau. Das Fenster. Achtung! Vielen Dank. Und da kommt man her, Jungs. 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 Oh, fuck. Ich komme, ich komme. Okay, what's my turn? Sony Computer Determine presents... A Naughty Dog Game. Uncharted Fear of Thieves End. Und da, Jungs. 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 Kapitel 3. Und da, Jungs. 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 Die Achsen sehen gut aus. Benutzten wir sie, um das Denker zu heben. Klingt nach einem Plan. Was haben wir denn hier? Okay, ich sehe die Flacht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. Okay, dann mal los. So. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, also eins, zwei, drei, vier. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Hier haben wir die andere Kiste. Hier haben wir die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere Sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Und nach unten. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Hebe mir ein Stück an. Okay, hab das auch. Ich versuche es um eine der Achsen zu schränken. Das sollte gehen. Yep. Okay, eins hab ich. Und acht auf deinen Sauerstoff. Das passt. Und die andere Seite. Gesichert. Das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Mach Platz. Wir heben ihn an. Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay. Reicht es? Ja, locker. Lass ihn nur nicht feiern. Wir werden sehen. Okay. Ich hab die andere Kiste. Ich mache sie mit dem anderen fest. Na los. Komm schon. Geht doch. Oh. Fertig. Die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff. Wir fünf Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay, ich bin bereit. Hol mich hier raus. Wird gemacht. Und auf, Hans. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche noch Fisch stehen. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht's dir los? Was geht's dir los? Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freu mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Oh, der Kank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Ich freu mich, ich würde sagen, hier mache ich erstmal Schluss mit Uncharted 4. Ja, das war's fürs Erste. Wenn euch der neue Part von Uncharted 4 gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen noch umfreuen. Genauso wie ein Abo, aktiviert die Glocke. Und da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Uncharted 4. Haut rein. Zockerboy. Game over. Ciao. Ciao.